Jetzt haben wir so ein kleines Highlight, das ist der Kurs von Bernd Kuchenbecker. Bernd Kuchenbecker ist einer der großen Bassisten in Berlin, der viel in Studios arbeitet und in ganz vielen Bands in Deutschland gespielt hat. Und den haben wir zum Glück hier. Der gibt Kurse im Bassspielen, im Kontrabass und im E-Bass. Und der hat sich was ganz Besonderes ausgedacht. Ich verrate jetzt erstmal nichts. Wann kommt man schon dazu, mit fünf weiteren Bassisten auf der Bühne zu stehen und vielleicht sogar ein paar Tönchen zu fabrizieren? Das ist hier der Basskurs. Wir haben da oben in diesen Holzturm gehaust. Das ist der Bass Tower oder Tower of Pain. Der hat eine ganz eigenartige Akustik. Wenn man da ein, zwei Töne macht, dann ist es so, als ob man eine Bunkerschelle kriegt und so. Aber wir haben es drei Tage durchgehalten und werden jetzt ein Stück zum Besten geben. Geschrieben für sechs Bässe, was schon mal schwierig ist. Mal sehen, ob da Musik draus wird. Wir nennen das Ding einfach mal, ja, Basscam Blues. Das geht nur mit einer Geheimwaffe. Das geht nur mit einer Geheimwaffe. Die Kinder an mich immer ein bisschen zu machen. Musik 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 Frank, am Bass, Klaus, auch am Bass, Ferry, ich glaube ich spiel Bass, Fred, nicht am Drum, sondern am Bass, unterliegen, Lydia, am Bass, also wenn ihr das nächste Mal Lust habt Bass zu lernen, ihr seht, Bass macht Spaß, das ist unser großer Meister, Mr. Bernkuchenbecker, give a good hand, am Bass, wie gesagt, wir sehen uns nächstes Jahr da drüben in diesem Turm, da ist noch ein bisschen Platz, sehr kuschelig, also bis denn, ciao. Vielen Dank.